Ich bin Vincenzo Fagone, bin 24 Jahre alt und arbeite in Lippstadt als Filialleiter für Direktfilialen. Ende 2009, kurz vor meinem Abitur, bin ich über das Karriereportal von Vodafone auf die Stelle Vertriebsbachelor gestoßen und diese Stelle hat genau das geboten, was ich gesucht habe. Die Möglichkeit, alle Facetten des Unternehmens kennenzulernen und dazu ein BWL-Studium. In meiner derzeitigen Position habe ich die Herausforderung, Kundenzufriedenheit, Mitarbeiterentwicklung und die Wirtschaftlichkeit unter einem Dach zu vereinen, ohne dabei eine dieser drei Dinge zu vernachlässigen. Unser tägliches Ziel ist es somit, dem Kunden ein unvergessliches Einkaufserlebnis zu bieten und das von zufriedenen und kompetenten Mitarbeitern. Das, was ich an meiner Aufgabe am meisten schätze, ist mein Team, denn das besteht aus ehrgeizigen Menschen, die alles dafür tun und ihr Bestes geben, um am Erfolg von Vodafone mitzuwirken. In meinem Job bin ich erfolgreich, weil Vodafone mich persönlich unterstützt. Wir haben ein riesiges Netzwerk, was uns dabei hilft, die größten Herausforderungen zu meistern. Top-Kundenservice bedeutet für mich Weiterempfehlung. Wenn ein Kunde uns seiner Familie und seinen Freunden weiterempfiehlt, dann bedeutet das für uns, dass wir großen Service geleistet haben. Das Außergewöhnlichste, was ich bei Vodafone erlebt habe, war ein internationaler Wettbewerb, veranstaltet durch die Group, der mit einer Tour in London endete. Und dort habe ich Menschen kennengelernt, die eine einheitliche Unternehmensphilosophie geteilt und gelebt haben, obwohl sie aus unterschiedlichen Kontinenten kamen. Feedback von unseren Kunden erhalten wir in allen Wegen. Von der Pralinen-Schachtel bis zum spontanen Smalltalk ist nämlich alles dabei. Am Arbeitgeber Vodafone schätze ich am meisten, dass Vodafone jeden Mitarbeiter dabei unterstützt, durch Seminare oder Trainings seine persönlichen Karriereziele zu erreichen. Für mich kommt es immer darauf an, wer mich auf meinem Weg begleitet. Denn sei es auf beruflicher Ebene oder privat, Erfolg macht nur Spaß, wenn man ihn auch teilen kann. Meine Freizeit verbringe ich am liebsten mit meiner Familie und meinen Freunden. Telekommunikation bedeutet für mich schneller Wandel und Entwicklung, von daher wird diese Branche nie langweilig. Ich empfehle Vodafone als Arbeitgeber, weil ich kommenden September seit fünf Jahren dabei bin und immer noch genauso stolz wie am ersten Tag bin, Teil von Vodafone zu sein.